Und ganz nah dran ist für uns unser Reporter Marc Bärenbeck, der ist in Stuttgart mit dabei. Marc, wenn wir mal auf den Ablauf für die Nationalspieler schauen, was ist da so in den nächsten Tagen, vielleicht auch in den nächsten Stunden alles geplant? Genau das, wo wir gerade stehen, nämlich Training. Und der grüne Rasen ist schon vorbereitet. In der Stunde und 15 beginnt das erste Training seit 10 Monaten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Leider im negativen Sinne wegen, wir wissen es alle, der Pandemie. Aber die Nationalmannschaft ist im Hotel angekommen, hat die Corona-Tests absolviert. Der Nachmittag wurde dafür genutzt, um diese Tests dann auch über die Bühne zu bekommen. Und um Viertel nach sechs ist dann die erste Einheit hier angesetzt. Das ist der Trainingsplatz von den Stuttgarter Kickers. Eigentlich wollte man im Stadion der Kickers trainieren, dem Gazi-Stadion hier in Stuttgart-Degerloch. Allerdings dem strengen Auge von Hobbygärtner Jogi Löw hat der Rasen nicht standgehalten. War nicht gut genug. Und deswegen ist der Teppich jetzt auf jeden Fall derjenige, welcher, auf dem die deutsche Nationalmannschaft dann gleich auch trainiert. Einer, der sicher im Fokus stehen wird, das ist Kai Havertz. Wie weit ist da die Geschichte mit dem Chelsea-Wechsel? Was sind da deine Infos? Und als hätten wir ein Drehbuch geschrieben, ist Kai Havertz als einer der wenigen Spieler auch nicht direkt vor dem Hotel ausgestiegen, sondern auf der Straße und ist dann durch die Journalisten-Meute mit gebührendem Abstand und mit Maske natürlich durchgelaufen, heute bei seiner Ankunft. Also da hat er schon mal einen Auftritt hingelegt. Aber er ist ja dann doch eher so der schüchterne Typ. Und deswegen ist er dann erstmal wortlos reingegangen zum Corona-Test letztendlich auch. Bin gespannt hier, ihn gleich auf dem Rasen zu sehen. Er hat ja gestern den Leistungstest bei Leverkusen nicht absolviert. Peter Boss, der Trainer von Bayer Leverkusen, hat ja dann heute auch schon mittags verkündet, dass er nicht damit rechnet, dass Kai Havertz zurückkommt und dann nochmal nach der Nationalmannschaft auch in Leverkusen trainiert. Und das deckt sich auch mit den Infos, die wir auch die ganze Zeit erzählen. Es fehlen noch Zentimeter bei diesem Transfer. Es sind die allerletzten Gespräche. Es geht um die Details in den Details zwischen Chelsea und Bayer Leverkusen, um die Gremien. Die müssen ja auch nochmal final zustimmen, sprich Aufsichtsrat etc. Ja, und dann müsste das Ding bald über die Bühne gehen. Bleibt spannend, ob er dann wirklich die ganze Zeit bei der Nationalmannschaft bleibt, ob er um Freigabe gebittet, um einen Medizincheck zu machen, ob er den Erster nachobserviert. Also spannende Zeiten, vor allem um das Top-Talent des deutschen Fußballs, der kurz, ganz, ganz kurz vor dem Wechsel zu Chelsea steht. Ja, sind wir sehr gespannt, wie schnell das möglicherweise dann doch über die Bühne geht. Dann haben wir noch drei Debütanten dabei. Bei wem siehst du da am ehesten eine Chance auf einen Einsatz? Ja, eigentlich bei Robin Gosens, muss ich ganz ehrlich sagen, weil seine Position ist eine, die hart umkämpft ist in der Nationalmannschaft. Die Konkurrenz ist zwar da, aber hat sich jetzt auch nicht so bewährt, dass sie unumstößlich wäre. Und er kommt natürlich mit viel Enthusiasmus hierher. Für eine Million vor, ich glaube, drei Jahren damals gewechselt nach Bergamo und jetzt mittlerweile Nationalspieler, Star, im Champions-League-Final-8-Turnier gespielt. Also diese Karriere von Robin Gosens über den Umweg, Aaron Devisi, ist natürlich schon was Besonderes. Und er hat eine Chance zu spielen, Florian Neuhaus auch, aber letztendlich ist seine Position, nämlich im zentralen Mittelfeld, schon sehr gut besetzt von der Bayogi. Deswegen wird es nicht ganz so einfach. Für Oli Baumer ist, glaube ich, erst mal ein Haken hinter. Ich bin dabei, aber dass er einen Einsatz bekommt, eher unwahrscheinlich. Denn jetzt haben vor allem die Keeper 2, 3, 4, die jetzt mal in der Pole-Position sind, nämlich Leno und Trapp die Chance zu spielen, weil nämlich ja Neuer und Ter Stegen nicht mit dabei sind. Marc, vielen Dank für die Infos. Soweit für den Moment aus Stuttgart. Und der Bundestrainer Jogi Löw.